Jürgen Frömmrich Ja, das habe ich auf jeden Fall. Wir haben uns in unserem letzten Spiel nicht überzeugt. Wir haben verloren und wir sind alle enttäuscht vom letzten Spiel. Wir wissen alle, dass wir jetzt zeigen, was wir können. Samstag waren drei sehr wichtige Punkte für uns. Die letzten Spiele und die letzten paar Spiele haben wir nicht so gut drauf gewesen. Wir haben nicht die Punkte geholt, die wir wollten. Wir haben auch nicht so gut gespielt, dass wir können. Und das möchten wir alle anders machen in die nächsten Spiele hier zu Hause gegen Axien Sächsisch. Wir haben noch nicht so viel über die Gegner gesprochen. Ich glaube, im Moment haben wir den meisten Fokus auf unser Selbst. Und wie wir gespielt haben und wie wir spielen möchten in den Wochenenden. Das ist gerade der Fokus. Aber ich weiß, dass wir auch Videos von den Gegnern hier in den nächsten paar Tagen schauen. Was ist das wichtigste für uns? Ja, für uns ist das Wichtigste natürlich, die Spiele zu gewinnen. Die drei Punkte sind das Wichtigste. Das ist natürlich nicht egal, ob wir gut oder schlecht spielen. Wir möchten alle gut Fußball spielen, aber am Ende selten nur die drei Punkte. Was ist das wichtigste für uns? Vom Spiel höre ich gerade ein Lied von Remedy. Das heißt live. Das höre ich gerade vom Spiel. Aber es wechselt immer. Für Samstag wäre es ein 2-0 Sieg. Musik